Ja, diese Runde, let's go. Warum haben wir eigentlich Partner-Look? Ja, wollen wir coole Typen sehen. Okay. Du überrät das. Oh boy. Du, El Gambaretti. Es ist nicht LKW, es ist LKW. Du, 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 du. Unbelegt halt da. Schnellste Maus fahren, Inferno, Overpass, Start. Die Cross. Ich hab ihn ja. Gut, gut der Cross, ja. Du siehst du in Ruckaschiers, okay. Oh shit, er ist nicht da. Er cut, er pusht. Oh. So. Sie hat deine Fürstin, oder? Ist das Freude? We are working with a moment of surprise. At this moment, Jackson knew. He fucked up. Ja, verdammt. Was überhaupt erlaubt ist. Stay frosty. Stay frosty. Say he didn't. Throwing smoke. Errol. Throwing fire. Fire in the hole. Laying down smoke. Ball. Die Schaut haben die vielleicht boostet. Noch einer ist der lang. Nein, einer ist schade. Er hat meine Autoschotte, glaube ich. Nein, ich bin da oben. Der Sound hat sich für mich gerade angehört, ob der in dem Tunnel den steht oder dass der andere ihn geredoadet hat, aber nicht, dass der längs ist. Der ist links von mir gestanden. Ich weiss, aber du hast nach rechts gewechselt. Ja, aber ich habe gemeint, links ist der andere Dude. Was ist das für Beschissenes, Mark? Der will gut kommen. Der drückt natürlich. Er hat sogar durchgezogen, weißt du? Er hat sogar durchgezogen. Er hat irgendwie 0 Damage gegeben. Ah, nice. Ah, nice. 59 viel. Das ist schon dreist eigentlich. Du weißt, du kannst den Monster hineinschauen. Was hast du kommen? Busten, ich hole mir den nicht schwarz Was ist die Wanne? Nein, ich hab ihm einen Hicke, aber mann Er ist wieder zurückgegangen Er kann auch wieder kommen Ja, das war der Genau der im Gestenhäden Ja, nein, es war nicht der, der Ghost war der, der die mit seiner Shit werfen Nein, es war der andere, ich glaube, die haben einen Assis gekriegt Das war zwar die, die ungünstigste Smoke für mich, was du gerade erfährst, aber es hat trotzdem irgendwie funktioniert Ich hab nicht gewusst, was du dreckig hast Ach nee I am so sorti Die haben auch Auto-Shotten gekauft Leider nicht so glich stark wie Ja Wir haben wohl das schwächere Modell gekauft Genau, ja Ich sehe meinen Shotgun Letztes Mal hat mir einer in einem Youtube-Video kommentiert, weil ich gesehen habe Waffe mit Skin macht mehr Damage Hat er geschrieben, dass er dafür geführt hat Fast auf Shot Hätte vielleicht der andere zuerst näher sollen Boom has been planted Ich komm nicht mehr aus dem Bein bin ich raus Ich komm nicht mehr aus dem Bein bin ich raus Oh 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 What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Was ist wirklich Wirklich? Ah, wenn ihr das tut, oder einfach nicht chillig? Negef, negef, auf short, negef, auf short. So, jetzt noch? Nein, wenn ihr das tut, oder? Was? Den Klick meine ich schon weg, wenn er in die Luft... Schieß einmal! Schieß den Kutter, vielleicht die nicht zu dir. Aber dann müssen sie das jetzt plantern können. Ah, jetzt! Ah, mit dem Klick hat es nicht richtig genommen. Warte, er hat noch einen Klick. Deploying Flashback! Ist das... Echte Unverschämtheit. Oh man... Wirklich? Es ist einfach nicht geil. Jetzt tut es so wieder alles. Können wir uns einigen, wenn wir Monster durchlaufen, dass du links laufst, wie rechts, oder umkehrt. Okay. Lass wir uns nicht ausschießen. Lauf wieder rechts. Oh, die sind beide da. Ja. Vorne ist oben noch. Dann muss ich halt beide weg, da. Ey, ich hab da geholfen. Ja. Ja. Vorne habe ich bloß 9 Damage gemacht, aber genau im Kopf. Ja, dem habe ich 91 gegeben. Ah, der ist perils gestanden. Ich gehe jetzt da und haue an den Börn. Ja. Okay, dann komme ich short. War ne short, glaub. Der hat lang gesmogged. Da ist man. Boah. 23 kp. Der andere ist, äh, waterhunter. Ah, der ist einfach rauf und kurz kurz wieder runter. Ohne. Hure MP9, hey, Schwester. Weg, wenn er um 48 in 4 geht, auch wenn er nicht mal gedrückt geht. Ich mach' die kleine Runde. Move it, move it. Wir haben nachher trotzdem kein Geld, glaube ich. Wir haben noch. Ich weiss, das ist doch so klar. Genau dann, wenn ich mich innen traue, dann kommt da russer gesprintet. Ich weiss, das ist doch so klar. Genau dann, wenn ich mich innen traue, dann kommt da russer gesprintet. Oh, tschüss. Ich schade, aber ich habe auch leider natürlich gekriegt. Schade. Dem haben wir da vorher. Und so noch. Oh. Oh. Ah, nichts. Hunde fix da den. Ja. Oh. Oh. Hält sie ja. Ah. Wie man sie leerse kann. Oh. Like a rock. Das hier gleich. Like a cock. Ah, die Flash bin noch richtig müll. Miene ist drüber gegangen. Da kommt der zweite auch gleich von dort. Der ist hinten im Water. Nein, fuck. Fuck. Lack mir wieder um, der Schweinebauer hier. Boah, ist der toxik. Boah. Tog so? Ja. Halt dann hier. Gamm' schafft. Er kann uns nicht beide anlesen. Er ist ein paar queda. Er hat dich auch gesonnen, ja. Er hat mich. Halt mich, halt mich. Schaut mal, du pushst mit mir raus. Tears. Ah, danke. Schaut, der Stamm. Schön. Hinter der Säule. Ich habe mir Klewana schon erwartet. Der hat den P90 gekriegt. Gut. Draht haben wir, Alter. Der was? Draht oben, woher haben wir eingefahren? Die haben sich jetzt eingeschissen. Ja, sie haben jetzt P90 und so kauft. Die werden jetzt Geldprobleme haben. Schaut, der ist abgesmogged. Okay. Anscheinend ist der Spray-Reset von der M4 dreimal schneller als ich meine. Smog it! Fuck. Ja, die Heck glitschen da. Nice. Ah, Scheiss, Drecki. Schade, Marmelade. Ah, je, Quatsch. Ich habe schon gerade von Jahren leh. Der hat die Kurve noch gekriegt, hat er geschrieben. Ich war gestern beim Sufen. Jetzt habe ich mir schon gedacht, hätte mir schon gefällt, dass das mein Upbraink-Drawer gewesen wäre. してh nicht auf der corpses footet. Scheib Tut. por isso. Und er hat mir nichts gesagt. Vielen Dank.